Moin moin Leute und ich begrüße euch zum nächsten Part, hier zuletzt bei Hearts of Iron 3 mit dem WW1-Mod an meiner Seite der Fabian. Hallo! Genau, im folgenden Part sind wir ja schon in den ersten Weltkrieg gedrungen, wenn man so will, bzw. der erste Weltkrieg hat im folgenden Part seinen Beginn gefunden. Und wir sind auch schon in Russland und Frankreich ein bisschen, Belgien und natürlich auch diese Balkanstaaten dort unten vorgedrungen, wie man jetzt auch sieht. Und, obwohl Frankreich noch gar nicht, aber da rücken wir jetzt bald rein vor. Und ja, also ich denke mal, das wird jetzt auf jeden Fall so sein, dass wir hier nochmal ein bisschen Richtung Belgien so ein bisschen weitermarschieren, Frankreich. Und wie gesagt, also ich übernehme da eigentlich so ziemlich diesen Plan, der ist ganz gut. Ich weiß nicht, was ich da jetzt hinzufügen sollte, hier zu diesem Schliefenplan. Aber ich finde ihn gut und ja, genau so sollte das dann auch aussehen, so ungefähr. Ostplan, der wird natürlich nochmal für die Leute, die es nicht gesehen haben, so sieht er momentan aus. Hier nochmal die Legende, für was was ist. Und sonst im folgenden Part einfach nochmal schauen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, da erkläre ich das Ganze nochmal. Und wir werden halt nochmal so einen Plan für die nächste Offensive sozusagen nochmal dann auch erstellen. Gut. Jetzt heißt es allerdings auf jeden Fall weiter vorrücken, weiter vorrücken, weiter vorrücken. So, wir haben was im Öresund hier verloren. Diese Franzosen und Briten, dass sie auch alle so eine starke Marine haben, verstehe ich nicht so wirklich. Ich mache hier einfach mal Abfang. Ich mache mal eben kurz Pause. Ich mache die da mal alle auf Abfang. Abfang. Selbst ihr macht da Abfang. Ihr macht mal alle da Abfang. Dann sollte das gut funktionieren. Selbst hier. Oder bin ich da wahrscheinlich mit zu vielen Schiffen, aber das ist mir auch egal. So. Genau. Hier rücken wir auch immer weiter vor. Komäne im Wilde Hengward nehmen wir erstmal nicht an. Rücken wir da nochmal hin vor. So rücken wir auch weiter. Britannien. Ja, hier in Afrika verlieren wir natürlich, aber das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich. Wie wir da jetzt kämpfen. Ja, Hauptsache wir gehen, wir werden hier halt in Europa. Das ist wohl wichtiger als Afrika. Ja, ein bisschen. So, jetzt eben kurz ein Text. Es wird wahrscheinlich bei dir nichts sein, aber hier war eine riesige Seeschlacht. Republike versenkt oder Republik versenkt. Der stolze französischen Flauter, die mächtige Republik, ist von der glorreichen Streitkräfte vom SMS Zeringen versenkt worden. Das wird die Moral von Französisch, also der Franzose, Sängen und unsere eigene Stärken. So, also Seeschlacht hier, südliche Ostsee. Dort, ähm, für dich auch, damit du das auch weißt, Fabian, ich hab zwei Zerstörer verloren. Und der Brite hat einen schweren Kreuzer verloren, die HMS St. George, einmal die siebte Zerstörerflotte, einen leichten Kreuzer, die HMS Liverpool, einmal ein Schlachtschiff, so sieht's aus, die HMS Hercules und nochmal ein Schlachtkreuzer, die HMS Indefatigable oder sowas in der Art. Und, ähm, ja, auf jeden Fall wird natürlich mal wieder ein Sieg für die deutsche Marine. So soll's sein, und so müssen wir weiter vorrücken. So, und, uh, wie eine Seeschlacht, Pommische Küste, der Franzose, ach ja, da hat er die Republik verloren. Noch ein anderes, äh, ich glaub, was ist das? Mal sehen, das interessiert mich grad mal. Das ist ein Schlachtschiff. Ach so, der Brite hat sogar einen Dragnoth, oder wie das heißt, verloren. Okay. Ah, okay. Und der Russland... Das ist natürlich dann Hartfäden. Ja, und der Russe hat noch zwei... Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das Leichterkreuzer oder Protected Cruiser ist. Jedenfalls hat er auch zwei Schiffe noch verloren. Das ist gut, weil die fahren da alle immer durch, unten in den südlichen Ostsee. Und ich hab alle meine Schiffe, die ich hab darauf auf Abfang gesetzt. Und dann sind da wirklich meine ganze Marine und alles, was ich hab an Marine, gegen, äh, halt die paar Schiffe, die dort sind. Und so kann ich die vielleicht jetzt erstmal ein bisschen zerstören. Also mit einer Marine bin ich sowieso eher defensiv. Ähm, für die Leute, die noch nicht, ähm, mein Herz of Iron-Let's Play gesehen haben. So, drücken wir da auch weiter vor. Ja, bis jetzt läuft das wie geplant gegen den Russen, sagen wir mal so. Bei dir sieht's auch gut aus? Ähm, ja, einfach ein bisschen, halt wenig Division, aber, gegen den Russen, aber, ist ja auch normal. Hm, gegen Belgier sieht's bei mir bis jetzt auch gut aus. Hyrosand, haben wir hier wieder was verloren. Na, der Brite verliert, oh, ich kämpfe sogar gegen den Flugzeugträger, zwei Stück. Na, der, der, oh, was für eine siegreiche Schlacht. Alter, südliche Ostsee, ich hab gar nichts verloren. Und die, äh, die Briten haben achte Zerstörerflotte verloren, haben es Amphitrite, das ist ein schwerer Kreuzer, neunte, äh, Zerstörerflotte, die haben, ähm, einen Protected Cruiser, oder halt einen leichten Kreuzer, die haben ein Challenger verloren. Dann, was ist das für ein Schiff, Art? Das ist Zerstörer, hier stimmt's, das ist Zerstörer, ähm, haben die die gebreilte Flotte verloren, die haben die, haben es Europa und, äh, haben es Südlei verloren. Das sind beides, äh, schwere, schwere Kreuzer, genau. Und das haben die beides verloren, äh, die ganzen Sachen, insgesamt sieben Schiffe, ey. Der Russe war auch noch integriert in der Schlacht, aber der Russe hat nichts verloren. So, ich kann irgendwie ihn einladen. Bulgarien kann ich in das Bündnis einladen. Soll ich machen, oder hast du damit ein Problem? Ähm, mal schauen, was der für Russ ist. Obwohl, der sagt, unmöglich, ja, dann kann ich den ja sowieso einladen, wenn der eh unmöglich sagt. Ja, packt, abgelehnt. Hm, das war jetzt natürlich sehr schön jetzt, dass wir so riesige Erfolge da gegen die Briten haben. Aber trotzdem erstmal defensiv bleiben. Nicht, dass wir hier noch, äh, ja, übermütig werden und unsere Flotte oder sowas in der Art verlieren. So, gewonnen, gewonnen. Ich sehe gerade, dass wir da jetzt in Litzmannstadt eigentlich den, ja, wir umzingeln gerade. Ich umzingle gerade, wenn du vielleicht siehst, willst du das sehen, wenn du das sehen willst, in Litzmannstadt, da umzingle ich gerade den. Ja, der hat ziemlich viele Divisionen dort. Ja, der wird gerade abgeschnitten. Ja, ich gewinne da gerade ziemlich. So, Albanien gehört auch gleich mir. Öresund verliere ich gerade noch ziemlich viele Schiffe. Ich kann, äh, Dings, ich, Entschuldigung, wenn ich mich eben kurz auf Pause machen muss. Allerdings, ich muss mir eben kurz schauen, wo ich meine, noch ein, noch ein hier, wie nennt sie das, eine Infanteriedivision hinstellen kann. Da, in das 26. Ameekorps. Na, steht ihr hier so. Mach mal, schießt sie da mal mit. Aber die Haku's mal eben kurz vorbewegen, dass, dass auch da alles mitklappt. Gut, sag Bescheid, wenn wir erstmal so eine kleine Formationspause gegen den Russen machen wollen, weil, also ich habe auch ziemliche Lücken gerade noch in meinen Linien. Wenn man das so nennen kann. So, ich probiere jetzt mal mit, ja, einer Garnison ist zwar ungünstig, aber trotzdem, ich probiere es mal mit einer Garnison auf Kreta zu landen. Reint auch gut zu kommen. Warte mal, ich muss mir eben gleich mein Schiff umstationieren. Ähm, die U-Lime eben so. Hier oben kommen auch nochmal zwei runter. Ähm, ich muss mir eben kurz meine Schiffe zum Abfangen ins Öreson schicken. Aber das geht mir gerade richtig auf den Piss, dass die, die, meine ganzen, äh, Transporter. Ja, Transporter, genau. Aber, ja, ich muss eigentlich gar nichts dazu schicken, ich komme eh nicht aus dem Mittelmeer raus. Nicht? Ne, wegen dem Suez und Gibraltar. Du hast keine Ahnung, Gibraltar. So, erst schon direkt eine Schlacht habe ich hier im Öreson. Ziemlich viele 18 Schiffe auf alliierter Seite, 20 auf unserer. Sogar, die haben sogar, alter, vier Flugzeugkrieger oder sogar mehr. Warte mal eben. Alter, auf meiner Seite 63 Schiffe auf seiner 25. Die haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich bin wahrscheinlich jetzt verzehrt, so um die zehn Flugzeugträger jedenfalls. Das sind schon ordentlich welche und das wird wieder eine siegliche Schlacht sein, Schätzchen. Noch zu dieser Zeit ist natürlich das übelst krank. So, ja. Das muss nichts heißen, wenn sie natürlich keine Flugzeuge darauf stationiert haben, bringt die in einen Flugzeugträger auch nichts. Ja, so, wir haben jetzt, die Seeschlacht habe ich hier jetzt zwar gewonnen, aber ich habe einmal die Beowulf, einmal die Wittelsbach und einmal die Siegfried verloren. Ähm, aber dafür hat der Russe halt einmal einen leichten Kreuzer, ein Schlachtschiff wieder, oder? Ne, was ist das für ein Schiff? Aber schick deine Schiffe auch regelmäßig in die Häfen. Ja, die sind immer in den Häfen. Und dann noch die Andemian, die Justiz und Democracy haben die verloren. Ich schaue da gerade mal so grob rein. Ja, die reparieren sich alle schon so ganz gut, also weil die sind halt, die fahren halt nur raus, wenn da ein Gegner das Schiff durchfährt. Und der Schaden von den Gegnern wird halt so verteilt, auf die ganzen 68 Schiffe, weißt du? Und deswegen. Pommersche Küste ist auch wieder eine Seeschlacht gerade. So. Große Flotte habe ich jetzt als Errungenschaft und zwei motorige Flugzeuge. Aircraft. Bauen wir einfach. Flugzeugmutter. Machen wir einfach das hier mal alles. Das brauchen wir nämlich alles. Dann können wir vielleicht schon mal... Taktische Bauer kann ich jetzt... Ja, okay. Gut, 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 gut. Ich muss nämlich eben mal kurz meine Front neu organisieren, wie ich jetzt genau vorrücke. Beziehungsweise wie nicht. Das ist so ganz gut. Die geht eventuell nochmal so. 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 Da rücken die auch vor. Eine Einsteller, wie weiß ich, habe ich zu viele. Und dann... Oh, was eine Riesenseeschlacht wieder. Äh, sagt ihr auch gleich wieder. So, ich habe einmal die SMS Köln, SMS Hessen und SMS Hamburg verloren. Und der Gegner hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Schiffe verloren insgesamt. Brite hat ganz viele verloren. Franzose 3 und der... Ähm, Russe 2 heißt es. Dann hat der Brite 9 verloren. 9 Kriegsschiffe. Es gehen die SMS-S-S-S-S-S-S. Oh, die in Littmannstadt sind jetzt zum Rückzugang getreten. Bei mir läuft gerade richtig gut, ey. Ich zerstöre halt die gegnerische Flotte. Ja, bei mir im Balkan sieht es auch nicht schlecht aus. Provinz? Achso, ich habe schon gedacht, wo habe ich denn jetzt was gegen Franzosen verloren. Oh, schon wieder aller richtig heftige Schlacht. Ich habe gar nichts verloren. Er hat die SMS Queen, also fast nur Schlachtschiffe verloren. Richtig viele verliert er gerade bei mir, weil er die halt alle nicht reparieren schickt, weißt du? Und meine sind das direkt von meinen Hefen. Und wobei, ich sollte jetzt aber auch mal aufpassen. Ich sehe gerade hier nur noch 10%. Den können ich sonst gleich mal... ...zu irgendeiner Flotte gleich mal schicken. Ja, die fahren glaube ich jetzt wieder alle zurück, ne? Ja, fahren jetzt wieder alle zurück. So, und bei dir auf dem Balkan, weil das interessiert die Leute ja auch, wie das bei dir da so aussieht. Ähm, ja, gut würde ich sagen, ne? Vor allem, oh, du kannst ja richtig gut einen Kesseln jetzt über Albanien, ne? Wenn du jetzt mit deinen Einheiten da von Tirana, also von der Hauptstadt von Albanien, nach links so rüberziehst, kesselst du einmal die ganze Armee von denen ein. Ja. Riesen Kessel. Ähm, ich komme gleich wieder. Ne, hohe. Ich bin gleich wieder da, also. Gerne dir. So, dann sind wir hier kurz alleine. Und das heißt, wir müssen hier unbedingt unsere Truppen, also das geht so mal gar nicht, ähm, wir müssen die hier auf jeden Fall neu formieren. An der einen Stelle haben wir sie zu wenig und an der anderen wirklich zu viel. Das darf so nicht sein. Fischer Bank. So, und schon wieder da und bereit zum Spiel. Gut. So, rücken wir so vor. Ja, das Ding ist, er verschanzt sich zwar an seinen Städten, aber ich umzingle die einfach so. Also, ich kessel die einfach ein. Ähm, wollen wir sonst jetzt dann kurz eine Pause machen, nochmal, ähm, einen Plan erstellen? Ja, würde ich sagen. Gute Idee. Ähm, ja, in Albanien brauchst du ja eigentlich nicht viel rumplanen. Da wird ja jetzt dein Plan sein. Also, ich vermute es mal so sein, dass du jetzt einfach unten da mit deinen Truppen in Albanien einfach hier jetzt stumpf da den Weg nach hinten abschneidest und die dann alle holst. Richtig? Ähm, ja, genau. Also, ich hoffe es, dass ich auch rechtzeitig dort sein werde. Okay. So, nochmal für die Zuschauer, das ist nochmal der Frankreich-Plan. Wie gesagt, da würde ich jetzt nicht viel ändern. Ähm, das war unser montaniger Ost-Plan, wenn man so will, unter dem Ost-Schlag. Allerdings ist das schon so gut wie erfüllt. Und jetzt gilt es unseren Plan. Ähm, der war... Genau, der hieß Offensive-Ost-Schlag. Ich habe den so gedacht, wie ich vorhin erzählt habe. Ähm, so August sollte das ungefähr der Fall sein. Ähm, ich kann ja mal eben kurz sonst ungefähr so einen Plan machen. So einen Plan kurz erstellen. Also. Ähm. Okay, dann... Dann machen wir kurz eine Pause. Dann können wir auch wieder das Spüren besprechen und vorstellen. Ach, du meinst kurz den Schnitt rein? Ja. Ja, so machen wir das. Dann machen wir kurz einen Schnitt rein. Und ich und der Fabian machen hier kurz mal einen Kriegsplan. Und, äh, ja. Ihr seht ihn ja gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Geht weiter. Ähm. Genau, wir haben hier eben kurz einen Plan erstellt. Äh, wie man sieht, sehr simpel. Ähm, blau bin ich. Rot sind wir beide. Gelb ist, ähm, der Fabian. Ich hab das so gesagt, äh, so gedacht, wir rücken hier vorne vor, beziehungsweise ich rücke hier vorne vor, bis zu diesem Fluss. Ich hab das so gemacht, dass wir mit, ähm, möglichst wenig Einheiten benötigen, um das zu verteidigen. Ähm, hier in der Mitte sind wir zusammen. Beziehungsweise er auch, weil er hat ja, er wird ja noch einige Einheiten da aus dem, äh, ich wollt schon sagen Kosovo, aus dem, äh, aus dem Balkan abziehen. Ähm, Bulgarien, äh, Rumänien und Bulgarien wird er wahrscheinlich da noch auf dem Mixo to go mitnehmen. Und, ähm. Genau. Und, ähm, er wird sich dann hier halt auch an diesem Fluss, beziehungsweise, ja, doch an diesem Fluss halten. Und, äh, da können natürlich leichte Abweichungen stattfinden. Und wie gesagt, das ist jetzt auch nicht, dass wir hier stehen bleiben und, äh, uns tot warten, sondern es ist halt nur, dass wir uns dort auf diesen Punkten ansammeln für, sozusagen eine neue Offensive. Weil, wenn wir jetzt so weiter vorrücken, dann werden unsere Truppen immer weiter auseinandergerieben und das könnte dann später rückläufig für uns werden. Auch wenn der Russe zwei jetzt nicht mehr so viele Einheiten hat, ähm, wird das trotzdem besser, wenn wir uns erstmal neu organisieren. So, genau. Und das war das eigentlich schon. Also, hier könnt ihr euch den nochmal in voller Länge anschauen. Und, so. Ähm, ja, und dann geht's weiter, würde ich sagen. Genau. So, wir rücken hier mal weiter in Belgien vor. Österreich-Ungarn-Siegreich. So, du holst dir da jetzt, ja, den Serben und Griechen. Pass auf, nicht, dass er dir da unten in den Rücken fällt, weil da unten, äh, marschierten Grieche, also vielleicht musst du eine Einheit abziehen oder so. So, der Ungarn-Siegreich. Franzosen auch eine Schlacht gewonnen. Seeschlacht. Oh, das geht hier gleich wieder weiter, denke ich mal. Oh. So, eben kurz. Die, äh, HMS Bella-Phone wurde versenkt. Der Stolz, also sei der Stolz, ähm, der britischen Flautewort von der SMS Nassau zerstört. Hannibal hat er verloren, Bella-Phone und die, äh, und die, äh, und die Dragnone. Und wir haben die Kaiser, aber, den Kaiser Barbarossa leider verloren. Lässt sich allerdings natürlich nicht ändern. Gut. Bislang läuft der Krieg. Wir können uns sonst nochmal am Ende dieses Parts, wenn ich's nicht vergesse, können wir uns gerne nochmal Statistik angucken oben. Ähm, das ist ja auch nochmal ganz interessant, äh, mal zu sehen so, was man so selber verloren hat, ähm, wollte ich gar nicht mit beiden angreifen, na egal, was man mal so selber verloren hat und, äh, so die anderen oder was man selber aufgewandt hat an Einheiten. Ja, da kriegen wir die jetzt im Gelauf nur. So, Kattegat, da oben. Oh, Franzose hat auch wieder schön Truppen, ähm, oder, beziehungsweise Schiffe einbüßen müssen. Warum fahren wir so weit weg? Was ist da los? Schlacht vom Öresont. Oh, da hat er wieder Schiffe verloren. Der Franzose. Naja, die schöne Marine. Naja, hier unten verlieren wir gegen Südafrika, also das ist jetzt aber auch nicht schlimm. Radom haben wir gewonnen. Namur haben wir gewonnen. Auch eine sehr wichtige Provinz. Das ist eigentlich ein Schlüsselpunkt, kann man so sagen. Ähm, rüber nach Belgien, Frankreich. Windhook haben wir auch verloren. Auch Afrika. Ähm, wir wollen supporten hier. Ah, ne, da sind wir schon amarschiert. Da brauchen wir nicht supporten. Ähm, da werden wir angegriffen vom Franzosen. Oder greifen wir an? Verzieht es momentan noch besser aus. Ne, wir verteidigen. Verloren. Kauen. Ach, dort. Okay. So, hier rücken wir auch immer weiter vor. Sonst diese einzelnen, ähm, Provinzen hier, wo dann kein Gegner mehr ist, da kann ich dann sonst auch mit einem HQ einnehmen. Das ist dann auch nicht so schlimm. Ich hab vergessen, Nachschub hochzustellen. Wir haben gerade auf. Glofno. Ja, Glofno haben wir gewonnen. Wunderbar. In den Rücken. Ähm, hier greife ich es uns immer eben so an. Einfach, um die aufzuhalten. Weil wir müssen hier echt aufrücken. Und dann haben wir in Polen ziemlich viele Einheiten noch, die wir da gar nicht mehr brauchen. So. Ja. Ähm, Frankreich, Belgien. Da geht's auch auf jeden Fall sehr gut weiter. Ponywäsche haben wir gewonnen Gehen wir mal da hin So, dann haben wir da wieder den Russen umzingelt Zwei haben wir gewonnen So, anscheinend ist da doch noch nicht so ganz der Widerstand aufgegeben So, wenn die da nicht so richtig, dass meine Maschine da ein Da unten haben wir gewonnen, gut Ich weiß gar nicht, ich kann einfach mal versuchen hier vorzurücken Schlacht von Nancy Thomas Schoff haben wir verloren Und jetzt hat sich hier der Russe doch wirklich noch ausgebreitet Jetzt sollte er aber allerdings aufgeben Verloren der Plin Ja, doch, er kann sich ja doch schon ganz schön gut festbeißen, wenn man so will So, die Italiener hier kommen Outlier an, beziehungsweise die Wachtruppen da für unten Ja, das ist gar nicht so Das dauert ein bisschen länger Rücken wir mal da hoch Du greifst ihm, oder gehst du mal einen runter Windhook Verloren Gut, hier haben wir wahrscheinlich gewonnen Jo, haben wir gewonnen Ähm Ja, Löwen haben wir auch gewonnen Oh, ich sehe gerade Hier haben wir noch drei Landwehrregimente Schieben wir mal denn nach da Unsere Truppen werden angegriffen Sollte uns jetzt nicht so sehr beeinträchtigen Mit Nachschub habe ich auf jeden Fall echt noch Probleme Du auch? Nachschub geht eigentlich Also mit einem Durchsatz so Also das kommt nicht so gut an, sag ich mal so Also bei mir Habe ich überall an den Fronten Nachschub Also wenn der Russe will, kann er ihn ja auch ganz schön ärgern, ne? Oh ja Presst die Toske, der sich auch ganz schön gut Gut ein, da hat er sich gut eingepunkert So Das Truppen werden auch angegriffen Übrigens Ähm Da Machen wir mal die Cavalry da an So Das müssen wir alles nachrücken Gehen wir mal nach Löwen mit ihm Hm Muss natürlich nur alles ein bisschen besser hier getimt sein Dann geht das Oh, verdammt ist frei Dann gehen wir da doch mal rein Wenn er uns das übergibt Dann gerne Deine Mannestärke sieht's auch noch gut aus, oder? Äh, ja Ich hab noch 363 Sehr gut Ich fähre gerade auf Irgendwie Kommt der Brite nicht mehr so wirklich mit seinen Schiffen Oder gar keiner kommt da mehr so Mit seinen Schiffen Vielleicht hat er keiner mehr Wollen wir's erhoffen, Mann, ne? Also ich Hab gerade gemerkt Grieche hat dort unten sehr schnell Truppen verlegt Dass ich ihn nicht einkesseln konnte Hm, schade Ja, schade Aber besiegen werde ich sie trotzdem Also so ist's ja nicht So, oben bin ich schon gleich am Ziel angekommen Norden Aber in der Mitte müssen wir noch ein bisschen so aus Aus dem Wenn man das so nennen kann Kann ich mir mal Brüssel an, ne? Mist Das ist glaube ich nicht so gut Oh ja Ich marschiere richtig schön In Frankreich teilweise ein Aber da oben Sind die Kämpfe noch eisern verbissen Da in Belgien Das ist überhaupt nicht gut Ja, Brüssel ist Wirklich schwer Das ist wirklich schwer Die Zugang Ist hier bei mir auch gerade ein Problem Ein ziemlich großes sogar Ich kriege auch gar nicht mehr Mal die ganze Front besetzt Also ich weiß gar nicht Wie ich das jetzt alles so Gut machen soll Ähm Das Beste gegen Russen Hilfst du mir beim Angriff auf Ähm L L Da war Vlodava Da Bei Ähm Meiner österreichischen 16 Infanteriedivision Da wo ich so einen kleinen Ähm Ähm Dings habe Aber du greifst ja schon an Ich weiß auch echt nicht Was du meinst Egal, dass wir mir so einen Kessel machen können Achso, okay Ach doch, jetzt weiß ich was du meinst Ja, greif ich gerade schon mit an Riga, die da Ja, noch eine engene Schlacht verloren Hier Na geil, ihr habt ihr ein bisschen Eingekesselt Um in Russland Gut, ein Riga Lass ich die mal so stehen Alle Ähm Den Angriff Brechen wir mal ab Eingekesselt Oh, Torpedos verbessert. Hm. Ja, Mist. Ja, Afrika ist eigentlich verloren, also. Hm. So ein bisschen so am Kriegsplan halten ist schon ganz gut. Ah, ich glaube, das kriegt ganz gut besetzt. Dann schicke ich aber mal ihn lieber nach da. Den habe ich denn noch so unter seinem Befehl. Den schicke ich nach da. Da sind die beiden da auch unterstellt und nur der eine. Nur der, der geht da und Afit angegriffen. Hm. So, Verdun habe ich übrigens eingenommen, also die Hölle haben wir schon mal nicht. Okay, das ist gut. Ich weiß schon, wo ich meine nächsten Infantrieeinheiten hin verlage. Wo? Westfront. In den Osten? Nee, Westfront. Osten, das geht ganz gut auf bis jetzt. Also die Einheiten sind eine scheiße platziert bis jetzt. Das ist das Problem. Ähm. Und im Westen, auch wenn da jedes Stück besetzt ist, da brauche ich einfach noch ein paar Divisionen. So, warte mal. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ähm. Dann übernehmen die den Frontteil, dann mache ich das dort ab. Ich gehe mit dem da hin. Ja, dann bewege ich die doch gleich mal da so ein bisschen längs. Hören wir das schon mal. Ja, Riga wollen sie gerade zurück einnehmen, aber das schaffen sie wahrscheinlich nicht. Jawohl. Na, meine Organisation lässt auch zu wünschen übrig. Was ist denn hier auf einmal so widerstandsfähig? Ja, so die letzten paar Meter davor war Skopje. Es ist wirklich hart. Ja. Auch mit den Griechen. Die werden immer härter irgendwie. Ach man. Die Russen machen wie immer ihre Russentaktik. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Oh, ich kann schön in Frankreich unten amarschieren. Äh. Türkei, Jagd aufgeben. Okay. Wohl. Oder greife ich mal lieber nochmal so von unten an. Das ganz gut denke ich mal. Türkei ist jetzt im Krieg, oder? Krieg mit Montenegro. Ruf zu den Waffen. Jetzt kann ich den endlich ranholen. Gut. Türkei ist jetzt auch im Krieg mit Großbritannien und Russland. Das ist gut. Dann, äh. Hilft er uns nochmal ein bisschen. Südliche Ostsee, zwei Transporter verloren. So, warte mal. Jetzt muss ich mal wieder kurz meine Marine. Bisschen mal nach da machen wieder. Das so ganz gut eigentlich. Ähm. Lupnen haben wir gewonnen. Na. Was ist das denn jetzt? Äh. Sankt Pius, wo ist ja eine Einwennung? Denn nie. Waren gelaufen. Gelegen. So 12 wird aus Deutschland den Namen Petrograd geändert. Okay. Das heißt, es ist ein, okay. Petrograd. Ähm. Ähm. Okay. Du kannst übrigens auch sonst, ja geil, ich hab russische Schiffe zerstört. Ähm. Du kannst sonst auch nochmal einmarschieren in Bulgarien. Also die kommen auch nicht rein. Also wenn du damit fertig bist. Kannst du die ruhig mitnehmen. Äh. Kein Problem. Jetzt muss ich mich einfach ein bisschen stark gegen die Russen erwähren. Wenn die gerade auch wirklich starkes Zeug gegen mich werfen. Ich fahr mich grad hier so waffig, dass meine Vorräte aushalten werden. Ja, bei mir geht's. Also meine militärischen Vorräte. Kommt schon. Ja, sie haben gleich Skopje. Los, los, los. Ich marschiere grad richtig schön im Süden beim Franzmann ein. So, ich würd sagen, das reicht doch eigentlich für heute, oder? Ja, aber. So, auf jeden Fall. Warte, kurz Skopje hab ich gleich, dann haben wir noch. Äh, Serbien. Dann noch gleich zum Abschluss. Okay. Also, ich muss schon sagen, bis jetzt, im Groben und Ganzen, sieht das schon mal ganz gut aus. Also wir sind schön in Russland eingedrungen. Wenn du mal bei mir in Frankreich guckst, also ich bin auch schön vorgedrungen schon an sich. Vor allem der Süden gefällt mir, weil da keine Einheiten. Kannst du eben noch kurz die Zeit laufen lassen? Ja, kann ich noch kurz laufen lassen. Und du marschierst auch gut ein, auf jeden Fall. Ja, ähm. Ja, Russland, da haben wir schon, teilweise sind wir da schon an unserer Grenze angekommen. Boah, übrigens noch zwei russische U-Boote direkt vernichtet. Ist doch auch schön. Mh. Ja, du musst halt nur gucken, wie du das da im Süden schaffst, ne? Wie mit deiner Grenze wegen den Rumänen und so. Du hast auch ziemlich viele Truppen. Aber bis jetzt sieht das sehr gut aus für uns. Also, der Brite hat große Teile seiner, also Brite, Franzose, jetzt machen wir mal nach Hause. Brite, Franzose und Russen hatten einen Großteil seiner Marine verloren. Äh. Ich will gar nicht wissen, wie viele Wracks da liegen. Wir allerdings auch. Also wir haben auch richtig viele Schiffe verloren an sich. Bestimmt 10 Stück oder so. Aber die Alliierten haben bestimmt 30 verloren. Apropos, jetzt finden wir mal ein. Statistiken können wir mal schauen. Ähm. Gesamten Konflikt. Ähm. Gucken wir mal. Kriegsmarine. Marine Konvois. Ähm. Da haben die, der, also ihre Verluste 0,67. Jetzt Konvoi mäßig. Und wir 2016. Aber wir haben da echt fast nix kaputt gemacht. Allerdings sieht man da gar nicht. Wir haben jetzt 1,278,33 Tonnen Fracht verloren. Ähm. Ähm. Ich seh jetzt gar nicht, wo hier jetzt deren. Ähm. Ähm. Schade, ich seh jetzt gar nicht deren Verluste. Also jetzt von Schiffen. Luftmäßig ist da nicht viel los. Und von Land her ist beim Briten noch nix los. Beim Russen. Wir haben insgesamt, äh, 91,12 IC verloren. Und der Russ hat 39.951,23 IC verloren. Ähm. Arbeitskräftemäßig haben wir 50,17 verloren. Er 29.066. Franzose. Wir haben 61,30 verloren. Und er hat 6141,44 verloren. Wir haben Arbeitskräfte 2,815 verloren. Die haben 4934,81 verloren. Belgien. Das ist ja auch wieder nochmal ganz interessant. Da haben wir aber allerdings mehr als der Belgier verloren. Ähm. Auch was Arbeitskräfte angeht. So. Wie sieht's denn aus? Mit Serbien haben wir gar nicht gekämpft. Da können wir jetzt gar nicht gucken. Ähm. Schade allerdings. Ähm. Okay. Das war die Statistik. Allerdings finde ich das ein bisschen schade, dass man das hier gar nicht erkennt. Weil die haben wir definitiv mehr als 0,67 verloren. Aber das ist auch nur, ähm, Convoy-mäßig. So. Ähm. Ja. Das war's dann aber auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und lasst gerne einen Daumen, Kommentar und ein Abo da. Und dann übergebe ich das Schlusswort wie immer dem Fabian. Ähm. Ja, also. Ähm. Ähm. In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall Kreta einnehmen. Und natürlich auch, ich hoffe es zumindest Griechenland. Ähm. Gerade im nächsten Part wird Serbien gefallen sein. Im Griechenland werden wir auch noch, äh, in Anführungszeichen, befreien. Ähm. Und dann werden wir uns mal dem Osten zuwenden und von unten Bulgarien her dann auch nach Rumänien vorstoßen, um die Ostfront zu verstärken. Und vielleicht auch eine kleine Landung an der Krim oder sonst wo durchzuführen. Ähm. Na, was ich eben noch kurz, ähm, bemerken möchte. Ähm. Der Osman ist jetzt eben noch in Krieg eingeschreitet. Und, äh, man sieht schon, also der rückt auf jeden Fall in Afrika auch mit seinen paar Truppen gut vor. Also er macht da auf jeden Fall den Alliierten auf jeden Fall zu schaffen mit seinen Verbündeten auch in Arabien. Das ist ganz gut. Auch in Mesopotamien. Da hat er da ja auch einige Einheiten stationiert. Und vor allen Dingen, er hilft uns auch gegen Russen wenig im Kaukasus. Der Russe hat da auch viele Einheiten, schätze ich mal, abgezogen. Ähm. Ähm. Auch vom Osten her. Und, ähm, da kann der auf jeden Fall jetzt ganz gut mit seinen, äh, osmanischen Heer einmarschieren. Europa, da hat er natürlich jetzt noch nicht so viel mit Einheiten. Genau. Aber das war's dann jetzt wieder von mir. Ich lass nochmal den Fabian weiter sprechen. Ähm. Ja, ich hab eigentlich auch nichts mehr zu ergänzen. Also. Ja. Ja. Im nächsten Part werden wir hoffentlich auch den Russen noch zurückschlagen. Weil bei mir ist es gerade ein bisschen mit den Einheiten, Anzahl und der Organisation nicht gerade so berauschend. Aber die Front werden wir auf jeden Fall halten. Bis dann. Ja. 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 Ja.